ARD Text im Auftrag von Funk Tschüss! Ihr Wichser! Jammern! Oh, MG, oh boah! Was war das? Keine Sorge! Bestimmt nur Kinder! Mit Knallverschmung! Kommt! Ihr seid verzogen! Ah, den soll ich retten, alles klar! Der Blatt ist ja entweder drin ohne bemerksam... Ja, ohne bemerksam zu werden ist halt geil, wenn ich hier halt... ...mich ducken könnte! Weil das geht ja nicht! Ach, du Scheiße! Ach, okay! Okay... So schwer kann das jetzt auch nicht werden! Nummer 1... In Deckung... Alles okay! Alles okay! Du hast nichts gesehen! Hier ist alles okay! Ja, komm! Beweg dich! Komm schon! Sehr schön! Wieder einer wenige! Komm, 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 komm! Ja, ja! 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 Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Tag auch! Sehr gut! Okay, wie komme ich jetzt am besten hier runter? Oder? Das ist halt die Frage! Ich kann zwar klettern, aber... So, oder was? Hä? Nee! Nee! Der macht mir doch Angst! Okay! Oder... Ich mach's so! So! Natürlich! Ich mach einfach so! So komm ich auch hin, oder? Natürlich! Und jetzt lass ich mich einfach fallen! Zack! Halt! Senore! Trinkt das nicht! Du kommst zu spät! Der Doge ist schon tot! Das... Kanon? Verzeiht, Senore! Ihr hättet eben einfach auf mich hören sollen! Du hast wohl versagt, Assassino! Vergebt mir, Senore! Tut mir leid! Warum? Wofür denn das alles? Oh! Dafür! Assassino! Assassino! Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Ein Attentäter tötet den anderen, wie es scheint. Wir töten und glauben, es wäre das Beste, oder? Besser geht's hier auch. Ich tue das nicht für mich selbst. Ich bringe dieses Opfer für die gute Sache. Prequiesca den Pace. Du, du tötest mich? Du tötest mich! Ach du verdammte! Ach du verdammte Hacke, wie kann ich jetzt hier raus? Gibt es hier nirgends für wirklich... Nirgends wo ein fucking Thor? Das kann ja nicht sein. Hallo! Ich will mich verarschen. Au! Okay, hier komm ich hoch. Das heißt... Äh, nee. Zack! So, komm! Abflug! 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 Mach hinne, Mann! Mach hinne! Schnauze! Seid nicht so schnell wie ich, kann da knicken. Das hat sie jetzt gebracht. Ich muss die Treppe nehmen, habe ich das Gefühl. Yo, was geht ab, ihr Schwanzgesichter? Hallo? Fack, 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 ich komm hier hoch am besten, na mal, scheiße hier. Ich komm hier raus. Ich, jetzt, jetzt, jetzt komm schon, ey. Sollst du hier nicht herumspringen, du sollst... Ach, ja, aus dem Gebiet fliehen, das habe ich auch vor. Ich habe hier irgendwo einen Todesprung gesehen, vorher, wie ich die Wachen gekillt habe. Aber irgendwo einen Todesprung. Äh, wo war der, wo war der, wo war der, Mann? Komm schon. Hier! Ja, Mann! Ach, Gott, das war's. Geschafft. Du musst aus deinem Gebiet fliehen. Ich bin aus deinem Gebiet. Genau, perfekt. Geiles Ding. Ja, Mann. Äh, okay, Sequenz. Das war eine Sequenz. Der unzugängliche Palazzo. Okay. Sequenz 8 beendet. Wie viele Sequenz gibt's denn? Zehn oder was? Yay! So, bin ich jetzt wieder raus aus dem Animus oder so? Wenn ich jetzt wieder in der Einwelt oder so, wäre man wieder geil. So ein bisschen. Bote, für das Abfahren eines Borgia-Kuriers winkt eine große Belohnung. Warnung, wenn sie ihn töten, werden sie gesucht. Mir ja auch. Was? Nee. Hä? Das ist ein Kurier? Ich dachte, das sind... Das sind doch die. Oder was? Ich... Keine Ahnung. Okay, ich bin doch immer in der Vergangenheit. Ich dachte, dass sie jetzt kurz mal hier zurückgehen, in die Wirklichkeit kommen. Die erlaucht, dass der Republik Venedig 1486, aha. Gut. So, was ist jetzt noch? Jetzt haben wir eigentlich schon... Ich glaube, von dem, was wir vorher gesehen haben, sind noch drei am Leben. Also einer wird gekillt und drei sind noch dieser eine Boss oder drinnen lebt noch und zwei andere halt noch. Und ich sehe, dass jetzt das Innengrab ist ja ein Traum, ey. Ist ja ein Traum. Ja, Mann. Das heißt, ich glaube, jetzt haben wir das Ding hier auch freigeschaltet. Ja, aber auf jeden. Jetzt haben wir das auch freigeschaltet. Ist ja geil. Perfekt. Gleich machen. Kein Problem. Auf, geh da. Auf, geh da. Äh. So. Sehr geil. Ich habe das Gefühl, dass wir dann vielleicht... Ja, nee. Doch nicht, oder? Nee. Ich wollte jetzt sagen, dass vielleicht dann in der nächsten Aufnahme, wenn ich die nächste Aufnahme dann starte, dass wir dann vielleicht das Spiel dann abschließen irgendwann mal. Aber, keine Ahnung. Weil ich habe irgendwie... Bei jedem Gefühl habe ich... Bei jeder Mission habe ich irgendwie das Gefühl, dass es die letzte Mission ist, weil irgendwie die Missionsarten irgendwie so... Mir vorkommen, dass es die letzte Mission ist, aber es kann eigentlich gar nicht noch sein, weil es sind eigentlich noch drei Böse, die sozusagen am Leben. Also, ja. Kann ja eigentlich dann auch nicht sein. Aber gut, mal schauen. Also jetzt, theoretisch haben wir jetzt eine Sequenz 9. Weil Sequenz 8 haben wir gerade vorher beendet. Das heißt... Das heißt, dass du tot bist. Erstmal das. Und zweitens... Ja. Das, ich schätze mal, 10 Sequenzen wird es geben. Gut. So. Schaffe ich den Sprung? Ja, perfekt. Okay. So, hier rüber. Boah, hei, der Witzker. Mann, Mann. Okay. Äh, hier. Runter, die Klappe, Mann. So, perfekt. Ja, ich weiß doch, Alter. So. 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 Ah, hier ist der Glockenturm wahrscheinlich. Äh, Glockenturm. Aussichtspunkt meine ich. Mann. Doof. Und so. 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 Hoch, 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 hoch. Ta, 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 ta. Hier. Hallo. Äh. Hier runter. Ja, es ist so leicht aus. Ja, es ist auch leicht. Das kann man mal sehen. So. Äh. Hier rüber. Perfekt. Und wir sind da. Ein Traum. Geil. So. Hoch, 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 hoch. Ne. Hä? Das. Ist es da? Doch, das ist es. Das sieht nur so komisch aus. Ich dachte, das ist gar nicht... Äh, der Aussichtspunkt, was wir einnehmen müssen. Das ist eigentlich einfach nur so ein normaler Turm. Normaler Turm, dachte ich mir. Aber ne, das ist schon der Richtige. Passt schon alles. Passt schon alles. So, und hier ist... Hier stand jetzt keine Leiter. Also das war wirklich nur vorhin wegen Antone, weil der... Weil der Spielchamper dachte, dass er nicht so gut klettern kann, obwohl er das kann. Also, er kann gleich gut klettern wie ich. Nur schwimmen kann er halt nicht. Aber gut. Ein bisschen einfacher muss man halt den armen Mann das schon machen. Das ist so ein bisschen. Gut. Ja, was geht? Ja, Party. Cool. Yo, ey, was geht ab? Ist ja auch mal geil. Ist ja einfach mal so eine Party. Ist zwar ohne Ton, aber... Cool. Äh, Kollege. So, ne, ich kann dich gar nicht bestellen, okay. Äh, hier oben ist aber irgendwo ein Ding. Hier oben ist irgendwo ein Ding. Irgendwo ist ein Ding. Weißt du? Können Sie raus? Hallo, du schaust noch mal hier. Genau. Ne, halt. Wo ist denn hier? Äh, 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 steckbrief. Halt die Klappe mal. Boah, du nervst. Ja, ja, da ist er. Tschüss. Äh, wo ist dieser verkackte Steckbrief? Äh, drohbrief. Äh, nicht drohbrief. Drohbrief. Äh, ihr wisst schon. Äh, Hilfe. Ich rallet nicht. Ich rallet nicht. Wo ist dieser Scheiß? Ach hier, Mann ey. Der ist gut versteckt. So, wie sieht jetzt die Karte aus? Äh, 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 äh. Pfff. Äh, oh mein Gott. Noch so viele Aussichtspunkte. Alter. Okay. Ja, mach mir die Aussichtspunkte komplett, dass wir hier alles sehen. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Äh, pppp. Ihr durft, ja. Ja, guten Tag. Okay, ich muss den Fade erledigen, ganz klar. Tschüss. Und Pau die Zeit. Was hat denn ihr für lange Pisser? Tschüss. Ja, ich hab mir das jetzt eigentlich... Schwerer vorgestellt, aber okay. Soll mir recht sein. Einmal Latt. Einmal Latt. Und zweimal Latt. Sehr gut. So. Und jetzt auf zum Aussichtspunkt. Go. Bepiss dich. Kanera ist konzert, das ist ja auch noch mal episch. Kanera hat mir aber noch gar nicht hier irgendwo was gesehen, außer jetzt hier. Ist auch noch cool. So, äh, 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 hier. Hier kann man rüber, perfekt. Ja, ich geh doch eh gleich. Ja, ich geh doch eh gleich. Oder besser gesagt, du gehst. Hallo? Wer ist dich? Wo sind wir denn hier? Ja, ich gehst ja auch noch mal rein. Boah, ja, diese Stadt ist echt so groß, Venedig. Das ist echt schlimm. Hätt's echt bisschen kleiner machen können. Hallo, gut. Ja, warte mal, das ist ja gar nicht der Aussichtspunkt. Oh. Ach, scheiße, nehmt mir den gleich ein. Ist egal. Was soll's, wenn wir schon hier hinkommen können, also wenn das hier nicht gesperrt ist, dann passt's ja. Dann ist ja auch glatte. So. Dann nehm ich ihn auf. Okay. Okay. Okay, 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 okay. So, hier hoch. Und jetzt. Passt das Ding? Ja, hier hoch. Nein. Nein! Boah, ich, das kann nicht sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Jetzt kann ich nochmal hier hochklettern. Weil jetzt ja zu blöd ist, das hier zu machen. Mann, ey. Ey, Cio. Weil wenn ich jetzt draufgegangen wäre, dann halt dann echt hier. Weiß ich nicht. Irgendwat. Ich bin jetzt draufgegangen. 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 Bis zum nächsten Mal.